In diesem Video bekommst du von mir Anregungen zum Thema Freilauf. Wie ich die Sache so von Kundschaft erlebe und warum das halt kontraproduktiv ist, wenn man es denn tatsächlich erreichen möchte. Ja, geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute Welcome to the Jungle Party hier. Schöne Plätze, die sich hervorragend zum Nachdenken eignen. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, dass das so ein kleines Steckenpferd schon von mir ist, dass ich versuchen möchte, die Gedankenwelt so ein bisschen umzuleiten in eine, die dann irgendwie praktischer ist. Weil ja, eins der größten Themen ist ja tatsächlich wirklich Hundefreilauf. Also das wünschen sich eigentlich alle. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die sich da gar nicht so die Gedanken drum machen. Die haben es halt tatsächlich total verinnerlicht. Und die sehen das halt so, der Hund begleitet mich, ohne eine Leine dran zu haben. Das ist eigentlich alles. Die haben auch eigentlich nie ein Problem, kein großes zumindest, weil die das aus vollster Überzeugung so sehen. Der Hund hat jetzt keine Leine dran, aber deswegen ist er ja nicht jetzt komplett von mir befreit in dem Sinne. Freilauf kann man ja wirklich dann eben auch so verstehen, wie es ganz, ganz viele Menschen halt leider immer noch tun. Die sehen das dann als Geschenk von wem auch immer, also von ihnen an ihren Hund, dass der sich jetzt frei bewegen kann und austoben kann, auspowern, also diese ganzen Worte, die ich so liebe. Ja, weil er das ja bräuchte und weil es ihm ja so viel Spaß bringt und weil er das ja auch machen können, sollen, muss. So, das ist das. Dann gibt es wieder die Kategorie der Leute, die das so sehen und die sich dann auch keinerlei, noch nicht mal den kleinsten Gedanken drum machen, was denn die Freiheit ihres Hundes dann für andere Hundebesitzer bedeuten könnte, sprich Fraktionen Tutnix-Hunde, die dann fröhlich pfeifend dann eben auch in andere angeleinte Hunde reinrammeln und hast du nicht gesehen, aber ja, das ist eine sehr große Zahl an Leuten und es gibt dann eben noch die, die da verantwortungsvoller sind, die das nicht wollen, aber die trotzdem noch so denken, dass sie das ihrem Hund ermöglichen wollen, also weil das jetzt dann praktisch die Erfüllung wäre für den Hund. Genau, und da ist dann das, wo ich dann gerne mal reingrätsche und wo man dann wirklich echt erstmal so ein bisschen drüber nachdenken muss, wie das denn eigentlich ist für den Hund. Also das ist ja für viele Menschen, auch so wie es formuliert wird, also dieser Wunsch, dass der Hund frei läuft, es kommt für mich immer so rüber, dass es anscheinend irgendwie für den Hund eine Strafe ist, wenn er an der Leine bei mir ist. Und allein da ist schon dann, von mir kommt da schon wirklich gleich der erste Finger hoch, so von wegen, hey, wie kannst du dich so niedrig einstufen, dass du meinst, dein Hund könnte, wenn er bei dir an der Leine ist, nicht glücklich sein. Oder zufrieden, sagen wir mal zufrieden, weil ansonsten wird das jetzt zu philosophisch, da müsste man jetzt wirklich zu viele Begriffe da erstmal so ein bisschen definieren überhaupt. Aber die Gefühlswelt von Hundebesitzern ist mir durchaus jetzt alles andere als fremd und ich kann da mir schon ein Urteil erlauben. Es wird da so beseelt davon geschwärmt, wie schön das ist, wenn der Hund dann über die Wiese rennt und sowas. Es wird auch oft eben auch direkt ausgesprochen, dass man dafür dann sich eine große Wiese sucht, damit der Hund ja eben dann diesen Freilauf dann eben genießen kann. Und ja, dann passieren halt Sachen. Dann passieren halt Sachen, weil man eben so denkt, dass man das dem Hund schenken möchte in dem Sinne. Und wenn sowas ist, hat man einfach von der Einstellung her da einfach so ein kleines Problemchen in seinem System drin, weil man dann seine eigenen Befindlichkeiten hinten anstellt. Und das darf nicht sein. Ich weiß nicht, wie vielen Beigelnbesitzern oder überhaupt so Brackenbesitzern ich dann auf die Frage geantwortet habe, ja, kann ich den auch freilaufen? Und ich habe gesagt, ja, klar, kannst du, ne? Du musst bloß die Line-Up machen, dann ist er frei. Aber ist dir der Herzinfarkt das wert? Das war dann immer meine zweite Frage. Und ja, dann kam erst einmal gar nichts, wo die Leute dann erstmal wirklich ins Grübeln kamen. Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Weil wenn es an meine eigene Substanz geht, so von wegen, boah, Glück gehabt, heute haben wir den Spaziergang wieder überlebt, ne? Kerbe ins Holz. Das kann einem auch nicht so richtig zielführend sein, wenn der Besitzer dann da, also wirklich teilweise große Ängste und Nöte, aussteht, bloß damit der Hund jetzt da ohne Leine rennt. So, grundsätzlich bringt das nämlich auch noch, also wirklich mehrere Probleme mit sich. Wenn man sich so wünscht, dass der Hund frei läuft und dann eben auch sich durchaus, also oft auch dann weit entfernt vom Besitzer, dann ist es meistens eben auch noch gar nicht gegeben, dass der sich an der Leineartig aufführt. Weil ein Hund, der das begriffen hat, dass er zwar jetzt keine Leine dran hat, aber letztendlich doch noch eine Verbindung zu mir hat, im Sinne von, dass er auf mich achtet, dass er mitbekommt, wenn ich meine Richtung ändere und solche Sachen, ohne dass ich da groß immer rufen muss oder so, weil er mich halt im Blick hat, da ist dann, also dieses Freilaufen auf einer ganz anderen Basis. Also dringender Appell von mir an dich, der du jetzt vielleicht noch Welpenbesitzer bist oder nur mit dem Gedanken spielst, dir einen Welpen zu holen, dass du diesen Gedanken tatsächlich wirklich richtig verinnerlichst und das nicht als hervorragendes Ziel ansiehst, deinen Hund glücklich zu machen, in dem Sinne durch Freilauf. hast du überhaupt gar nicht nötig. Wenn man so denkt, nur wenn man so denkt, würde man auch nicht in irgendwelche Versuchungen kommen, dass man jetzt den Hund unbedingt freilaufen lassen muss, weil er ansonsten eben angeblich nicht zufrieden ist. Wenn du schon einen älteren Hund besitzt, also der jetzt eventuell die Freiheit eben auch schon, ja, vielleicht auch gelernt hat, auszunutzen für seine Zwecke, der vielleicht mitbekommen hat, so wie es halt oft läuft, wenn die Leute mir nicht horchen, dass sie sich einfach eine große Wiese suchen und lassen den jetzt dann vielleicht schon nicht mehr welpen, sondern Junghund da laufen, weil da würden sie ja alles sehen, die immer übersehen, dass der Hund halt auch alles sieht und dass es nur einen Hasen braucht auf dieser blöden Wiese, den der Hund zufällig findet, beim ersten Mal ist es Zufall, der wird es sich merken und der wird wissen, auf dieser großen Wiese ist irgendwo ein Scheißhase und den werde ich mir suchen. Ist zu oft schon passiert und ich weiß einfach, dass ich damit recht habe, man bringt den Hund auf Ideen. Man lässt ihn die Freiheit, der findet Sachen raus und dann hat man einfach so viel Mühe, das wieder wegzutrainieren, also dass er das dann auch begreift, dass er nicht weglaufen darf, und es ist immer einfacher natürlich, dass man einem jungen Hund schon von Anfang an zeigt, ich möchte, dass du bei mir bleibst, wenn er noch gar nicht weiß, was die große weite Welt alles zu bieten hat. Das ist immer das Schwierige und wenn ich da jetzt nur ein, zwei, drei mit erreiche, die dann eben vielleicht nicht auf ihre Nachbarn hören oder auf die, die vielleicht sogar dann niemanden Hund haben, von wegen, der muss doch auch immer frei laufen, lass ihn doch laufen, was soll denn sein? Ja, klar, könnte man machen. Allerdings ist, wie sagt man so schön, der Zufall ist ein Eichhörnchen. Also auch die Dinger, die können mal ungefragt an einem vorbeihoppeln, wobei das nicht schlimm ist, weil die gleich auf dem Baum sind. Aber ich habe dann, wenn ich keine Leine dran habe am Hund, der jetzt aufgrund seines Alters noch gar nicht wissen kann, wie ich möchte, dass er sich verhält, ich habe keinerlei Zugriff und ich kann ihm nicht sagen, wie ich es eigentlich gerne hätte. Deswegen mein dringender Appell, wirklich mit der Freiheit, die ich dem jungen Hund schenke, eben da äußerst sparsam zu sein und ist im besten Fall vielleicht sogar wirklich, wenn man das, sagen wir mal, mental dagegenhalten kann, gegen das, was man an anderen Tipps bekommt, dass man es sich wirklich zur Aufgabe macht, ich habe den weiterhin an der Schleppleine, um eingreifen zu können. Und ich lasse die Schleppleine erst eventuell wirklich dann schleppen oder nachher ganz weg, wenn ich mit dem Hund an der Leine schon viele Situationen erlebt habe, wo ich ihm sagen konnte, was ich jetzt wünsche und was ich nicht wünsche. Das ist elementar. Wenn ich das übersehe, über eine gewisse Zeit, habe ich ein Problem. Ein Spaziergang, den ich mit dem Hund ohne Leine durchführe, der ist auch nicht unbedingt immer abhängig davon, dass ich den Hund dann stoppen kann und so weiter, dann wäre es zwar auch noch alles machbar, aber so richtig schön ist es eigentlich nur, wenn ich den Hund so eingestellt habe, dass er mich von selber immer so ein bisschen im Blick behält. Deswegen kann ich nur wirklich jedem wärmstens ans Herz legen, wenn er mit seinem Hund unterwegs ist, mit seinem jungen Hund, dass er dann eine Schleppleine dran hat, das habe ich schon erwähnt, aber wenn es jetzt ein Hund ist, wo ich jetzt weiß, naja, der ist wirklich noch so klein, der kann sich jetzt nicht sonderlich, der wird sich auch wirklich nicht entfernen und ich kenne die Gegend und so weiter, dann kann man das ja auch machen, dass man da unbedingt nicht dem Hund hinterher latscht, sondern dass man die ersten Spaziergänge, wo man das dann ausprobieren möchte, eben auch mal so macht, dass man, wenn der Hund vorläuft, was er ja tun wird, weil es ist ein Weg und da kann man ja dann auch ein bisschen schnuffeln und so, dass man ohne etwas zu sagen, ohne ein Kommando, das ist ganz was Wichtiges, einfach in die andere Richtung weggeht oder dass man halt nicht sich eine große Wiese sucht zum Starten, sondern so komisch, wie sich das anhört, lieber ein Waldgebiet, ein Waldgebiet beziehungsweise etwas, wo Hecken sind oder irgendwas, wo der Hund halt nicht bis Gittendorf gucken kann, sondern wo ich mich innerhalb von Nanosekunden auch mal einfach hinter einem Baum oder hinter einer Hecke oder hinter einem Busch verstecken kann, dass der Hund mich nicht mehr sieht und deswegen sich zurückorientiert. Dann auch, weil da mache ich ja keinen Held draus, also ich habe da überhaupt kein Problem, dass man natürlich bei der Ausbildung oder beim Anlernen eines jungen Hundes auch durchaus Futter verwendet, dass man den hungrigen jungen Hund mitlaufen hat und wenn er sich da mal umdreht zu mir, aus welchem Grund auch immer er das eventuell tut, vielleicht sogar im besten Fall, weil er schon kapiert hat, wenn ich die nicht im Blick behalte, dann dreht die sich ab und zu mal weg und geht in die ganz andere Richtung weg und er folgt mir deswegen, schmeiße ich ihm einfach, ohne dass ich das großartig kommentiere, lass das bitte das super und was weiß ich denn und fein hier und so, lass es weg, das brauchst du überhaupt gar nicht. Der Hund soll nur die Verknüpfung kriegen, wenn ich mich zurückorientiere, gibt es wahrscheinlich was, aber gar nicht mal aus der Hand, sondern in meiner Nähe. Ich streue das dann, was heißt Streu, ich habe ja jetzt keine Massen dabei oder so, ein Keks, was der Hund sieht, lass ich in meiner Nähe auf den Boden fallen. Das hat dann auch wieder nichts, was gerne behauptet wird mit, ja dann macht man ihn ja heiß auf Futter und Giftköder und so, Problem, nee ist es nicht, weil der sieht ja, dass ich das fallen lasse und der sucht in meiner Nähe, das ist alles kein Problem, das ist eine schöne, eine gute, eine sinnige Verknüpfung, die der junge Hund gerne kriegen kann, weil ich dann einfach, ich werde wichtig. Wenn er als junger Hund eben noch nicht so viele eigene Ideen hat und hat als Idee, dass es bei mir ab und zu mal Futter zum Abgreifen gibt, dann wird er sich öfters um mich bemühen beziehungsweise in meine Nähe zurücksuchen und nur darum geht es ja auch. Und das eben kombiniert mit dem, ich renne dir nicht hinterher und ich rufe auch nicht, wenn ich jetzt weiß, das wird er jetzt eh nicht machen, wenn er keine Leine dran hat, das hat keinen Sinn, der bemerkt sich das, dass es nicht wichtig ist zu kommen. Deswegen Leine dran, für den Fall, dass der Jung das nicht mitbekommt, drehe ich trotzdem, ich drehe einfach um, an der Schleppleine wird dein Hund ja sehr wahrscheinlich ein Geschirr um haben, ist alles gut und ich drehe mich dann einfach mal um, weil wenn er dann mal so irgendwie sowas spürt an sich, sein Problem passiert, nur weil er nicht geguckt hat, er wird beim nächsten Mal besser gucken, weil er nicht möchte, dass ihm das öfters passiert. Ganz einfache Wurst für einen Freilauf, einen guten Freilauf, also wo der Hund mich tatsächlich begleitet und wo ich das nicht tue, um den Hund zu bespaßen, da braucht es gar keine Worte. Der wird mich immer irgendwie im Blick behalten. Der wird dann auch nachher mit einem gewissen Alter und natürlich je nachdem, wie fleißig man ist beim Training, durchaus auch schon Situationen selber auch wissen. Es gibt, es gibt, Gott sei Dank eben auch, viele Hunde, die ich persönlich kenne, wo mir dann eben auch berichtet wird, weil die mir gehorcht haben, dass der Hund sich sofort umguckt, wenn er sieht, dass da ein Radlfahrer kommt, weil er das schon weiß. Wenn ein Radlfahrer kommt, möchte Mutti, dass ich zu ihr zurückkomme. Ja, hört sich jetzt irgendwie seltsam an, aber dann ist es kein Verbot mehr, du darfst den Radlfahrer nicht jagen oder was weiß ich denn, sondern dann macht der Hund Sachen von sich aus und ich brauche dazu dann später wirklich überhaupt nichts mehr zu sagen und es klappt wie die Seuche. Das ist wirklich richtig gut. Und vergiss diesen Wunsch, diesen großen Wunsch, den so viele Hundebesitzer immer noch träumen. Ja, aber ich muss ihn doch nochmal freilaufen lassen, der hat doch so viel Spaß daran. Ich sage immer dann dazu, wenn ein Hund mit 40 kmh über die Wiese kachelt, und das dann als Spaß zu bezeichnen, weiß ich nicht. Es ist einfach da wirklich viel zu schnell passiert, dass der Hund dann auf Sachen kommt, die ich dann später mit großer Mühe eben wieder wegkriegen muss. Ein Hund, der zufrieden ist, der mit mir zusammen spazieren geht, der verhält sich genauso, wie ich mich verhalte auf dem Spaziergang. Der genießt jetzt nicht die Aussicht. Das ist dem Hund wirklich egal. Aber der hat dann Zeit, tatsächlich wirklich sein Hundekram zu machen. Der geht dann ein bisschen vor, dann findet er wieder eine Schnuffelstelle, dann bleibt er da stehen. Traben ist dann auch immer das gute Stichwort. Nicht Galopp. Galopp ist bei Hunden, eigentlich bei allen Raubtieren, nur, wenn es brenzlig wird, wenn es entweder darum geht, etwas zu fangen oder abzuhauen. Das sind die beiden Sachen, weswegen Hunde jetzt tatsächlich wirklich mal sich schnell bewegen. Und nicht immer das mit dem Spiel dazu oft erzählen, weil wenn ich auf dem Spaziergang bin, ist der Hund mit mir unterwegs und ich bin nur mal langsam. Was auch gut ist, was nach meiner Auffassung viel zu wenig gemacht wird, das ist, dass man auch mal einfach mal eine Pause macht. Auch ohne Worte, mit dem Welpen ist das nachher, oder auch mit dem Junghund, ist alles noch so einfach. Ich rufe dir nicht großartig her, Mutti möchte sich mal hinsetzen, sondern ich tue es einfach. Ich tue es einfach, ich setze mich in, wenn da eine Bank ist, umso besser. Muss aber nicht sein, es reicht, wenn ich vielleicht auch mal stehen bleibe. So wie, so ein bisschen hundlich auch denken, als hätte ich jetzt da was Interessantes gefunden. Entweder, ich würde sagen Schatz oder was, aber dass ich mal so tue, als würde mich irgendwas am Boden da interessieren. Der Hund kommt und ist neugierig, was macht die da? Dann habe ich da vielleicht auch mal, gebe ich ihm was wie der Futter, je nachdem, wie alt er halt nun mal ist. Oder ich sage, nett, dass du da warst, prima, wollen wir wieder weiter. Das ist dann nachher so ein Geben und Nehmen und der Hund hat Interesse an mir, weil ich interessant bin. Weil ich auch irgendwie mal was entdecke, was er vielleicht übersehen hat. Und so geht das, wenn man mit den jungen Hunden zu schnell in ein Stadium kommt, wo man auch selber eben merkt, ey, ich muss die ganze Zeit bremsen, ich muss jetzt die ganze Zeit den stoppen, versuchen wieder näher heranzurufen und solche Sachen. Allerspätestens, wenn ich sowas merke, sollte ich mir unbedingt Gedanken machen, darüber eine Schleppleine zu benutzen, um dem Hund erstmal seinen für einen Spaziergang angemessenen Radius überhaupt mal anzugewöhnen. Weil, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, hat der 50 Meter oder sogar noch weiter, 100 Meter vor mir, nichts verloren. Tut mir leid. Wir sind zusammen unterwegs und ich bestimme das Tempo, weil ich bin hier, wir eigentlich sind der, der das Sagen haben sollte. Ja, und ich bin langsam. Der Hund hat sich an mir zu orientieren. Ich muss deswegen nicht Marathon anfangen zu trainieren, bloß damit ich mit dem Hund mithalten soll. Der muss sich zurücknehmen lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und das erreiche ich, wenn ich dem Hund eben zeige, wie ein Spaziergang bei mir dann später auch aussehen wird. Ich werde mich immer mal wieder irgendwo hinsetzen. Ich mache da einfach mal Päuschen. Je nachdem, wie der Hund so drauf ist, wenn er jetzt zum Beispiel gerne mit dem Ball spielt, bin ich ja immer super begeistert. Weil, dann kann ich ihm zwischendurch einfach mal durch diese Pause dann eventuell sogar einleiten, wenn du zu mir zurückkommst. Dann habe ich dir einen Ball versteckt, dann kannst du den Ball suchen. Solche Sachen sind ja dann alle, das ist ja alles dann eigentlich ganz simpel erreicht. Aber nur, wenn ich eben nicht so denke, dass der Freilauf für den Hund das Höchste ist, was es auf der Welt überhaupt gibt. Ja, Ende vom Lied eigentlich. Der Freilauf ist nichts anderes, wie, dass der Hund mich begleitet, halt ohne eine Leine dran zu haben. Das ist alles. Sieh den Freilauf nicht als absoluten Superkick für den Hund, was er angeblich einmal am Tag braucht oder halt die ganze Zeit. Das ist absoluter, absolute Fehl, absoluter Fehlgedanke. Hab diesen Gedanken nicht, sondern sieh das so, dass es eigentlich ein Privileg ist, dass er mich begleiten darf. Also, das lass mal sacken, dann wäre ich eigentlich jetzt schon wirklich, ja, dann wäre ich zufrieden, wenn ich da jetzt ein bisschen was mit angetickt habe. Denk nicht zu viel daran, was dem Hund alles Spaß bringt, sondern denk auch mal an dich, das schadet nicht. nicht, ne? Also, dass du selber da nicht darunter leidest, dass der Hund so viel Spaß hat. Ja, Spaß endet auch da, wo die Freiheit des Anderen beginnt, so ungefähr, die ganzen Sprüche. Da ist ganz viel Wahrheit mit drin. Deswegen, fall nicht rein auf diese Falle, horche nicht auf das, was so viele Unwissende sagen, wo das dann auch wirklich oft genug, auch also mal gewaltig schief geht, wenn das mit dem Freilauf wirklich dann so hergeschenkt wird. Und bereite deinen Hund darauf vor, dass er es natürlich genießen kann und auch schön findet, mit dir zusammen unterwegs zu sein auf dem Spaziergang und nicht eben, dass es nur für den Hund ist. Ein Spaziergang kann nur schön sein, wenn du den auch gerne machst. Und mach dir das Leben nicht leicht in dem Sinne, dass du meinetwegen zu einer großen Wiese gehst und dann ab da machst du die Leine ab, weil das geht oft genug schief. Haben viele Wildtiere schon mit dem Leben bezahlt, dass der Hund ja angeblich immer den Freilauf braucht, weil dann sonst könnte er nicht glücklich sein. Das stimmt nicht. Wenn du das nicht schaffst, dass dein Hund sich gut fühlt, wenn er in deiner Nähe sein darf, dann würde dieses Video noch ein bisschen länger gehen. Aber jetzt höre ich erst mal auf, dass die Gedanken so ein bisschen wirken und dann mal gucken, was sich da dann so tut. Weil die Einstellung und die Gedanken, die man hat, entscheiden über alles. Wenn ich nicht bereit bin für etwas und ich fühle mich gezwungen, das zu tun, wird es nicht gut werden. Es ist einfach so. So, also, dann knaste mal den Hund an dich ran mit einer Schleppleine. Alles gut. Schön sacken lassen, verstehen, umsetzen. Das ist immer mein Spruch. Alles Gute, deine Steffi. Wenn du noch Probleme hast mit deinem Hund an der Leine, dass er dich halt, wo er hin möchte, auch hinterher schleift, dass er halt die Leine eigentlich ständig auf Zug hat und du da wirklich noch Bedarf hast, ich habe da was für dich vorbereitet, findest du unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da klickst du einfach drauf und dann wird dir geholfen. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.